Die Sparkasse Vorderpfalz begrüßte am Freitag die Vertreter der Presse zur alljährlichen Bilanzpressekonferenz über das vorangegangene Geschäftsjahr 2011. Vorstandsvorsitzender Rüdiger Linnebank und Vorstandsmitglied Thomas Traue berichteten über die Zahlen des letzten Jahres. Schnell kam die Erkenntnis, dass die Sparkasse Vorderpfalz auf ein rekordverdächtiges Bilanzjahr zurückblicken kann, weshalb sich Rüdiger Linnebank und Thomas Traue durchaus freuten, über die guten Zahlen berichten zu können, die unter anderem Rekordausschüttungen für die Region ermöglichten. Das tatsächlich dieses Jahr für uns ein überaus erfolgreiches Jahr gewesen ist, dass wir bei diesem sehr schönen Erlebnis der Sparkasse Vorderpfalz, dass unsere 525 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch im letzten Jahr erarbeitet haben. Wir haben diesen sehr außergewöhnlichen Erfolg dazu genutzt, auch im letzten Jahr sehr intensiv zu investieren, sehr intensiv zu investieren in unsere Region, in der wir diesen doch sehr schönen Erfolg im Jahr 2011 haben erzielen können. 2011 war so das beste Geschäftsjahr in der Geschichte der Sparkasse Vorderpfalz, was ermöglichte, 2,5 Millionen Euro in Sport, Kultur, Bildung und Soziales auszuschütten. Insgesamt wies die Bilanz des letzten Jahres einen Gewinnüberschuss von 28,8 Millionen nach 27,3 Millionen im Vorjahr aus, was einer Steigerung von rund 1,5 Millionen Euro oder 5,5 Prozent entspricht. 1,6 Millionen, sodass wir dann seit jetzt auf insgesamt 1,5 Millionen Euro besseres Ergebnis kommen. Das ist die Investition, die wir vorhin angesprochen haben. Trotz erheblicher Investitionen in Modernisierung und Erhaltung der sparkasseneigenen Immobilien konnte auch die Eigenkapitalausstattung im letzten Geschäftsjahr erneut gesteigert werden. Sie beträgt nun 18,4 Prozent, was mehr als dem Doppelten der vom Basel-III-Abkommen geforderten Mindesteinlage entspricht. Sämtliche Modernisierungsaufträge in Höhe von 2 Millionen Euro wurden an regionale Betriebe vergeben. Sowohl beim Bausparvolumen, das mit 81,7 Millionen ausgewiesen wurde, als auch beim Renten- und Lebensversicherungsvolumen konnten Rekordergebnisse erzielt werden. Das eigene Heim steht bei unseren Kunden nach wie vor immer auf der Wunschliste. Wir haben uns hier sehr konsequent aufgestellt, indem wir sagen, wir haben alles unter einem Dach von der Immobilienvermittlung über die Finanzierung bis zum Bauspargeschäft und bis zum Immobilienversicherungsgeschäft, aber auch der Familienversicherungsgeschäft. Rüdiger Linnebank und Thomas Traue führten das positive Ergebnis auf ein steigendes Vertrauen von Sparern und Betrieben in die solide Anlage- und Investmentstrategie der Sparkasse zurück, die sich aus Spekulationen mit Staatsanleihen und anderen kritischen Wertpapieren weitestgehend heraushielt. Es verwundert nicht, dass auch bei der Neuanwerbung mit etwas über 4.000 Neukunden ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden konnte. Der Dank der Sparkassenführung galt insbesondere den Mitarbeitern und dem Vertrauen, dass der Sparkasse durch die Kunden entgegengebracht wurde. Zur Geschäftsentwicklung im Jahr 2012 äußerten sich die Vorstandsmitglieder verhalten optimistisch. Vielleicht fassen wir mal ganz kurz den Ausblick auf 2012 zusammen, der immer wieder am Rande mit angekommen ist. Wir sind vorsichtig, wir wissen, dass wir für das Jahr 2011 ein außergewöhnliches Jahrs was zeigen hatten, was uns in Teilen mit Trauer hat es gesagt, selber auch überrascht, dass es so stark positiv ausgeschlagen ist. Wir wissen, dass wir einen Rückgang bekommen bei den Erträgen, bei dem Zinsüberschuss. Wir haben Eigenanlagen mit noch sehr hohen Zinsverbrauchs, 4%, 5%, die wir angelegt haben vor vielen Jahren. Da war es noch möglich, in solcher Höhe entsprechende Anlagen zu tätigen. Die läuft aus, wir planen auch den Provisionungsvorschuss vorsichtig, eher wieder auf der normalen Höhe und auf einem sehr stark gesteigerten Niveau. Nach der Vorstellung der Bilanzzahlen beantworteten die beiden Vorstandsmitglieder außerdem noch einige Fragen zur allgemeinen Konjunkturaussicht. Welche Herausforderungen sehen Sie für das kommende Geschäftsjahr noch, außer dem, was Sie bisher gemerkt haben? Die wichtigste Herausforderung ist, ist zweigeteilt, hängt aber eng zusammen. Die wichtigste Herausforderung ist, dass wir das Wortwirtschaftsdienst schaffen, die Schuldenkrise, die wir momentan alle durchleben, in den Luft zu bekommen. Und wir haben Sorge, dass momentan in der Bekämpfung der Schuldenkrise noch nicht ausreichend konsequent die notwendigen Maßnahmen geführt werden. Es wird nicht reichen, die Staaten, die momentan in der Schuldenkrise leider ganz vorne stehen, immer wieder neu zu finanzieren, neue Rätseln zu refinanzieren, ihre Liquidität sicherzustellen, ohne grundsätzliche Verhaltensveränderungen mitzuführen. Der erste Staat, der die Maastricht-Kriterien gerissen hat, oder die ersten beiden Staaten, die die Maastricht-Kriterien gerissen haben, 2008, 2008, war in Deutschland und Frankreich. Die beiden Lokomotiven in Europa haben als allerersten die Maastricht-Kriterien damals gerissen. Und keiner hat sich getraut, wirklich Konsequenzen durchzuführen. Und in Maastricht-Kriterien sind seitdem 20, 30, 40 Mal getroffen worden, von 153 Staaten, die dabei sind. Und es passiert nichts. Wenn wir nicht auf diesen Fall zurückkommen, dann werden wir massive Herausforderungen haben. Und das steht auf alle zurück. Also, wir haben zum Glück keine Griechenland-Papiere. Viele andere Häuser, leider auch die Landesbanken, haben Griechenland-Papiere. Es sind Milliardenabschreitungen vorgenommen worden, bundesweit. Und das sollten wir uns nicht zu häufig erlauben. Wo sind Sie denn die Gefahren, wenn Sie jetzt nicht involviert sind, direkt in diese Staatsanleihen, dass es auf die Spargelse zurückfällt? Also, ich glaube nicht, dass es auf uns der Spargelse direkt ins Rückfall wird. Aber es wird eben eins passieren, wenn das Eintritt, das gefürchtet wird, dass eine Griechenklemmerung, dass eben nicht mehr so, gerade in Großbanken, aber auch Landesbanken, aus der Spargelsefinanzgruppe, da muss man selbst bitte schaden, dass sie nicht mehr diese Möglichkeit haben, sich so zu refinanzieren wie bislang, oder nur deutlich teurer zu refinanzieren als bislang, sie eins tun werden, sie werden dementsprechend die Griechenland-Papiere zurückfahren. Darüber ist gesagt, es schlägt jetzt schon auf in der Kommunalfinanzierung. Die ersten Kommunen merken das, dass die Kredite nicht mehr zur Verfügung gestellt werden können. Im Großen Gebiet haben die ersten Städte keine Kredite mehr bekommen von ihren Hausbanken. Oder wenn die Hausbanken trotzdem noch mal Tarif finanzieren, sie deutlich teurer finanzieren. Und wenn das einsetzt, wenn wir durch Spirale bekommen, weniger Kredite oder deutlich teurer Kredite, dann sind wir in der volkswirtschaftlichen Spirale, die natürlich zu deutlichen Belastungen führt, und die dann eben auch bei unseren Kunden ankommen werden. und die Automobilien ankommen werden. Das hat ganz starke Auswirkungen auf die mittelständische Wirtschaft, wenn sie ein Auftragungsfonds finanziert werden, auch wenn nicht, wenn ich exportiere. Wenn diese Vorfinanzierung deutlich teurer sein, weil Banken, die am Klanggut sehr sparsam umgehen, beziehungsweise ein Nachfragen angeboten, wenn da den Preis im Nachfragen hoch ist, aber das Angebot für den ist, dann wird der Preis steigen. Das heißt, wir hätten eine volkswirtschaftliche Auswirkung in der Gestalt, dass möglicherweise die Preise, die deutsche Designprodukte verlangen müssten, nicht mehr der Preis fließen. Also wir spüren es bei den Kommunen ganz klar. Früher konnte eine Kommune sich refinanzieren mit einem Aufschlag, den Einstandsatz, den es öffnen gibt, mit 0,02% Aufschlag, das ist vergangen. Das ist die Gefahr einer Blasenbildung, die ist permanent da durch die Flügelung der Garten. Schätzen Sie, die konkurrenzelle Lage des gewerblichen Bildschirms ein? Das ist hier in Nubishapen sehr stabil. Es gab gerade erst die frühersten Tage, die wir erfahren, die Geschäftslage sehr, sehr stabil. Die Aussichten etwas moderater, man ist skeptisch, dass es hier Auswirkungen gibt aus der Stadtschönenbrief, die wir aus dem Zweck formuliert haben, sich das möglicherweise auch die Preise etc. auswirkt. Die Unternehmen hier in der Region sind im Vergleich zu vor fünf oder zehn Jahren deutlich ein Kapitalstärker, die haben sich hier auch besser aufgestellt.